Wir haben eine Reihe von Bildern, die entstanden sind in der letzten Kursstunde. Und zwar hatten wir das Thema zum Himmel schreiend. Was zusammenkommt? Was kommen unsere Schichtweisen? Die einzelnen Kursstunden zusammen. Wie viele Kurse sind das jetzt da? Wie Sie da in der Kiste haben? Das sind vier Kursstunden bisher. Der ganze Kurs dauert zehn Kursabende. Und wir sind heute bei Halbzeit in der fünften Stunde. Das sieht auch schön aus. Das sind Bilder. Bilder, die erzählen einen Leidensweg. Von links unten anfangend eine Leidensgeschichte. Nach rechts oben ansteigend und dann wieder abfallend bis zur Basis. Und so sind all die Bilder komponiert mit einer ansteigenden Geschichte und einer Entspannung nach unten. Ansteigen verschiedene Stationen eines Lebens und ein Bruch und es geht abwärts. Von links unten nach rechts oben, also vom Herzen nach rechts oben zum Geist. Dazwischen fächelt die Seele. Dazwischen fächelt die Seele.